Hi, herzlich willkommen zurück bei Soma. Wir sind gerade frisch auf Beta angekommen. Man realisiert, dass wir eigentlich Roboter sind. Und jetzt müssen wir hier irgendwie rin. Wie auch immer wir das machen sollen. Was ist bestudern? Was ist wrong? Was kann ich sagen? Es hat ein Ruck day. Jesus Christ. Er ist all butchert by Stratzer Schrapnel. Der Laut schritten in der Nummer auf ihm. Branden, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Stratzke, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Kummeraybee and the others? This is all we got. The guest is still at Delta. I can't do this on my own. Grab the other side. Stratzke, ready or not? We're coming in. Alright, see you soon. Okay. Gut, hier ist noch so eine Erinnerung. Das soll immer Speicherstand sein. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Stratzke. Listen up, all members of staff. The art project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Das war doch mal motivierende Rede. Eieieieieiei. Uh, was ist denn das da hin? Uh. Wa, 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 was? Am I already here? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. It's just Mark? I think we're safe. Oh, I was so worried, something had gone wrong. Haha, what's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. Okay. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Yeah, amazing. Amazing. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon, so I can apologize. She always got into trouble with Straumire when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. Uh, I'll let you know if I see anyone. Robin. I'm not sure how to save this. What? This... This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. Wow, okay. Wir bringen uns also nicht über das Herz. Der Susan, was hier abgeht. Okay. Will ich dich umbringen? Ich hoffe es nicht. Och ne. Och ne. Ich will dich gar nicht umbringen. Wenn ich mal jemand, der freundlich war. Guck mal, nicht Asurin. Kann der kleine Kerl doch nicht aufschweißen. Oha. Okay, das ist Morschen blockiert. Na. Na. Prost. Na komm. Oh ja. Oh ja. Ah, hallo, komm. Hm, nett. Schade. Och nee, ich muss das jetzt nicht wirklich umbringen, oder? Mal gucken, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Will ich eigentlich gar nicht. Aber ich vermute mal, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss hier noch was machen. Nö. Hier ist auch nichts. Ach. Ist natürlich nur bei dem Licht. Nee, das ist nur ungekippter Marsch. Mist. Oh je. Da muss ich mal wieder jemand töten. Wieso muss ich eigentlich immer die sympathische Leid killen? Ja, hat sie ihn gemisst. Ist ja schon recht deprimierend. Wow. Eigentlich sind es ja nur Roboter, aber... Da sind Menschen drin? Nee, irgendwie. So irgendwie halt. Nee. Das ist alles ziemlich... ...felsam. ...felsam. Das tun wir bald. Oh. Wasserbombe. Auch gut. Wasserbombe. Hallo? Das kann man so sahen. Oh oh. Das sieht schon mal nicht gut aus. Diese gespülderte Scheibe da. Ich habe nichts mehr zu tun. Was ist das so office? Lass mich nicht mehr zu. Und das ist der Wissen. Das ist der Wissen. Was ist die Wissen? Was ist das? So, gibst du auch was? Okay. Ich hätte jetzt tatsächlich gedenkt, dass auf der Seite was wäre. Hier muss ich was sehen. Irgendwas, was stromt? Ah, Moment, 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 Moment. Ich glaube, ich ahne was. Weil so gespültere Chapter haben wir doch schon mal dran gestanden und wussten nicht, was wir machen. So. Okay. Wo sind die Füße? Wir sind Roboter, wir können uns hier nicht schneiden mit irgendwas. So, drinnen sind wir. Home sweet home. Okay, wir sind hier Mitte im Atlantik. Haha, guck mal, so all die Webcam. Tschüss. Und hier haben wir was für die Catherine. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Okay, great. Zeit, um uns zu verabschieden, als Submarine. Wir werden nichts verabschieden uns, wenn wir die Dumbat. Wir haben sicher viele Maschinen und Fahrzeugen hier. Was macht das so speziell? Das ist die einzige Transport, die in die Abyss geht in die Abyss ohne zu knacken, wie ein Kuchen. Wenn das eine von einer Art ist, dann wie sie die Abyss in die Abyss bekommen haben, dann haben sie die Abyss in die Abyss in der ersten Stelle. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie haben es so schwer gemacht und einfach... ...Walked. Ich habe nicht gedacht, dass das eine Option war. Hm? Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... It's... Heroic? Yeah, at least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat! Oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's... it's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Ähm... Also... Irgendwie fühle ich mich unwohl, wenn dir es die ganze Tür aufgemacht hat. We need to find someone who knows this cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Muss ich jetzt ohne... Tool drum laufe? Weiß ne tool? Find someone who knows the security cipher. Ja, okay. Machen wir. Da wär dann nur blöd mit der virtuellen Realität. Wenn der Strom weg geht. Wenn der Strom weg geht. Dann ist gleich äh... Massevernichtung angesagt. Ja toll. Das darf man die Catherine halt geb. Was verges? Dünne. Oh. Woah. Oh oh. Oh oh. Oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Dankeschön, Raubernast. könnt das natürlich station sind rosa gestrichen werden ständiger dran wenn ihr mit blümchen mit im hintergrund holy crap was ist da also eigentlich will ich das auch gar nicht wissen wenn ich genau was haben wir unser gewehr noch hier gibt es nichts zu sehen also dass das wasser hierin lacht ist an mit so gesund nämlich an oh shit die bewegt sich noch oder der holy shit fuck seta lebens und umgebungskontrolle kann ich nix machen also haben mich gerade entschieden ich will doch in die türen dort liegen gucken hallo hallo ich sahen es euch jungs hier ist gleich so jumpscare kommt oh shit ey wo ist mein gewehr oh shit oh shit Okay, das ist ein anderes Vieh. Okay, das ist ein anderes Vieh. Man denkt einfach nicht an, gucke hilft, aber... Scheiß tut's. Lassen Sie den Router zurück. Wo ist der Router? Wie sieht der Router hier aus? Okay, die reagiere auf Lautstärke. Oh fuck. Holy shit, fuck. Fuck. Holy shit. Können wir nicht Freunde sind? Wo ist der Router? qué ist der Router? Ähm Hey, der muss wohl irgendwo hier sind Ich stehe da Hmm Wohin Nicht total uncool Oh shit Aha Aha, da nähe wird hab da auch ne Ah 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 Wo ist der Ruder Ah 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 hmm geht noch nicht unbedingt viel Kabel weg der Ruder steht doch normal in der Trane warte hin doch mal ein anderer Raum vielleicht das wäre eventuell sowas was denn da hin ne lass das mit dem Stuhl hier oh leider nichts ein gutes Rad ist teuer er ist abgesperrt Tierruder drin nö hier ist kein Ruder hart ich glaub am Anfang der Tatsache dass man wieder halbstufen konnte huuuuuh er geht sogar hier rin oh scheiße geht da bitte Gott sei Dank holy shit ne ok in Anbetracht der Tatsache dass wir wieder halbsthund ruf haben äh such mal beim nächsten Mal weiter ja vielleicht finde man dann den Ruder und der wird da nö der geht da rum spazieren alles klar dann bis zum nächsten Mal bye 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 bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal